So, welcome to another part of metal detecting with the Bavarian Detectorist and Werner's trying to hide in the background, but he can't hide, so there you go. Today we are at the Rhine again, because all the fields are already seated up, so we will see what we can find. So, we are now at the Rhine, so we are now at the Rhine. Yeah, the Rhine has a little lower position now, and then we will see. So there you go, the boats are out, Werner's trying already. And let's see, see you on the first find. And with the camera, with the GoPro again, so 4K. And with the GoPro this time, that we will have a good quality of the water we find. So, see you then, see you soon. So, let's take a look. I got an 89 in the water. Also an 98 in the water. And this is like a mud. And my pin pointer doesn't work. Yeah, I have an 98 here in the water. And my pin pointer has also got the gear on. And of course, if you are at the Rhine, then you can't even park it. So, this is a piece of copper. So, here we have a piece of copper. Let's put that to the side. What are you doing there? Bisher a piece of copper. So, it looks like it's a mud. It looks like it's a mud. It's a 98 in the water. But this is actually just a piece of copper. Okay. Never mind. Off to the next one. Off to the next one. And I don't need a detector for this one. Also a detector I don't need for this one. A chain. And a cutter. So. Yeah. Dafür braucht man natürlich keinen detector. Plenty of chain links. But. There you go. After the next one. 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 And a pair of scissors. And these are actually. Operating scissors. And the number here. Operations Besteck. Didn't think I would find something like that. Let's go to the water. The ship is actually pulling the water out. You can really see how the water is. Pulled out. And you'll see it coming back in a minute. So. Let's take a look. So. These are actually. Uh. To. Uh. Clipped veins and stuff like that. You can close them up. You know. And they still work. Hey. Cool. So. And they go. So. Operations Besteck. Oh. Nicht schlecht. Was? Operations Besteck. Die. Wehen Klemmen. Weißt du. Was ist das? Die. Wehen Klemmen. Weißt du. Was ist das? Wenn du. Die Scheren. Wo du. So. Клicken. Zu klicken kannst. Ja. Ja. Das kam auch mit einem geiles Signal rein. Weißt du. Wo du. Abklemmen kannst. Ja. Dieser Abklemm. Scheren. So. Ja. 10. 10 Pfennig. Deut. Der Bundesrepublik. so they are finding coins but i think nicole already found a euro and stuff like that they're asking who's going to do the silver dance today normally nicole does the silver dance but we'll see yeah normalerweise macht haben wir gerade gefragt wer hier heute den silbertanz macht normalerweise ist die anfälligkeit sehr hoch dass es nicole macht aber vielleicht kann sie auch wieder goldtanz machen schauen wir mal okay let's carry on off to next also auf bis zum nächsten trash Kupfer! Untertitelung des ZDF, 2020 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 so in the end it just turned out to be a piece of alloy. ja im Ende war es doch nur Müll. okay after next, auf zum nächsten. and a bullet. und dann haben wir ein Gebleigeschoss. okay after next, auf zum nächsten. and the first coin und die erste Münze, zehn Pfennig. so there you go. looks like they're all coming down the Rhine, der Kajak Troop. dann kommt die Kajak Kruppe gerade hier so runter gedüst. okay looks like we're getting invaded now it's fine, aber werden wir kommen gerade eine Inversion von lauter Kajak Leute so they're all coming down a whole group so there you go. looks like they're having fun. ja ja scheinbar kommt hier jetzt eine ganze Truppe angerollt. die titanic ist nicht untergegangen. so there you go. we're getting invaded. die inversion der kajakfahrer. ja, sehr schön. looks like they had a good trip. sieht so aus, als ob die eine schöne fahrt bisher gehabt haben. schatzi, es wird voll. da kommt noch eine Truppe, ist halt noch von oben. and one of them is the titanic. okay. wo kommt ihr denn her? Düsseldorf. Düsseldorf. oder Hitzdorf. von Hitzdorf. Hitzdorf. eine ganze Truppe oder was, he? ja. ja. schön. okay, i gotta stop filming. there's too many people coming in. ah, da hören wir mal auf zu filmen. ich glaub die, da werden wir wohl hier nicht viel weitermachen können mit der inversion. da müssen wir mal weiterschauen. okay, let's see what we can do carry on doing. fbf. auf was? fbf. ein moment. so we just found a two fennig coin. also das war jetzt a zweifennig münze. und ja, auf to next, auf zum nächsten. and another coin but encrusted with rocks. but it's gotta be like a one fennig piece most likely. ja, dann haben wir wieder eine münze. also das war bestimmt mal ein ein fennig stück. aber natürlich festgerostet sind das steine und so weiter. okay after next, auf zum nächsten. so you get some nice signals but then it's shrapnel. ja, dann findet man natürlich noch schöne signale und dann ist es doch nur shrapnel. okay, after next, and a little pistol ball. und dann haben wir eine kleine pistolen musketenkugel. very small but never mind. okay, after next, after next. so I got a 92-93 signal but I can see right now I was digging. I don't know if you can see. also ich bin jetzt hier, hatte hier jetzt 92-93 signal. jetzt wie ich gegraben hab, sehe ich, dass hier eine angelschnur ist. I can see there's a string from somebody that was fishing. so I presume it's either going to be a hook or a piece of lead. so let's see, so let's see, there's nothing there. okay, the hook is, and it has a small hook on it still. but I presume there should be something else that in the hole. 82-86 98-87 so maybe the rest of the hook. so 80-84 100神 90-лично 100夠 Nah, 100 Gedanken Claudia Ja, chia Und posit So it's out, it's still there. es ist ja ein lead weight Da haben wir hier der Amelplei. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. Und 20 Cent. Ja, und 20 Cent. Cool, okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. Same hole, another 20 Cent. Ja, gleich wieder, noch mal 20 Cent. Cool, let's see if there's some more. Und schauen wir mal, ob da noch mehr ist. And that was too. There's a crap signal in there too. I don't music now, can't I get to see. Oh, not one so down. Aha, so we got a bottle top. Und hier noch mal. Ein Kornkuchen. What else? Let's put the money away first. That's what I'm getting to. Wow. Still something in there. 77, 71. Let's slide immer noch, wo es da zu sein. Aha. Alufile. Aluminokohil. Still a 70 odd signal. Dann haben wir noch ein 70er signal. Mal. Ah, aber 10 Cent. Und eine 10 Cent Mütze. Cool, so das ist 50 Cent. Jetzt machen wir schon mal 50 Cent. Okay. Anything else? Und noch mehr? And another 82, 83. Und die 5 Cent. Und andere 5 Cent. Cool. So, das ist bereits 55 Cent. Okay. Anything else? And there's more in there. Dahinter müsste noch mehr sein, ne? Oh. 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 Okay. Okay, let me carry on. Ich muss erst mal weiter. Finished now. Und da war nur noch ein Aluminiumstück drin. Also da war nur noch ein Aluminiumstück drin. Ja, schön. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. And I nearly missed it. It's actually a 2 Euro coin. Und eine 2 Euro Münze. Cool. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. And one German Mark. Und eine deutsche Mark. 1963. Cool. Das ist es. Okay. Okay. After next. Auf zum nächsten. So. That was it. From us. Ja. Dann war es das mal wieder von uns beiden. Was hast du überhaupt gefunden? Ehm. Euro. 10 Cent. Reichst 10 Rentenpfennig. Okay. Ja. Und noch so kleine, was man eigentlich nicht mehr erkennen kann. Okay. So modern coins. Okay. So. At least Nicole found our Euro also. And. Some. The. German currency. Old currency. But totally rotten away. Mhm. And. That was it. So today I won. Yep. Okay. Heute habe ich mal gewonnen. So. As we can see. I got a nice hoard. Little hoard. Not the Euro coin it. But. Six coins. Are considered a hoard. Right next to each other. So. Coin spill. I wouldn't call it a hoard. But a coin spill. Ja. Dann haben wir. Der Münzfund gemacht natürlich. Schöne Gruppe. Dann. Alte. Bundesrepublik Deutschland. So. These are the Republic of Germany. Like this one is also. But this one is in pretty good condition. The scissors that broke apart now. Die Schere die jetzt aus. Oder die Klemme die auseinander gefallen ist. A little bit of Frappnel. Den haben wir noch ein bisschen Schrapnel. Und modern Trash. Außer und der moderne Müll natürlich auch. Den wir immer mitnehmen. Und den rein ein bisschen sauberer machen. Ja. So ist das halt. So. That was it from us two. Das war's dann von uns beiden. Bis zum nächsten Mal. Gut fund und denk dran immer schön lächeln. Until the next time. Have a good time. And keep smiling. Until then. Bye bye. Tschüss. 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 Tschüss.